Liebe Besucher, das Wochenende steht vor der Tür und wir von TruePlus Schuhe in Übergrößen haben Ihnen natürlich auch am heutigen Freitag ein Highlight ausgesucht. Hier der Stiefel des Tages. Soweit der Herrenstiefel des Tages am heutigen Freitag. Dieses und tausende weitere Modelle an Herrenschuhen in Übergrößen finden Sie in unserem Webshop aufschubplus.com und natürlich auch in unserem klassischen stationären Übergrößenfachgeschäft in Dörrferden bei Bremen. Dort präsentieren wir Ihnen auf über 900 Quadratmetern das gesamte Sortiment, welches Sie auch auf der Webseite finden. Ein Besuch lohnt sich. In diesem Sinne Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017